so wir gehen weiter hallo aussicht ja sie ist weg ok warum hat sie es ich habe keine ahnung wird schon ihre gründe gehabt haben oder so drei prozent eine drei prozentige chance einen zusätzlichen krank zu kriegen das heißt wenn ich 33 mal was ziehe dann müsste ich einen bonus hast du kriegen das hat lohnt so ich weiß nicht oh dein traum pokémon normal war sagt schuh ist ein pikachu ist ein getanes pikachu ach ja hier ist noch eine route die rote ging mir jetzt irgendwie voll vorbei dass hier noch die ruhe mit dem pokémon porter da ist ich meine denn da wäre direkt das die schwarze stadt gewesen aber trotzdem ich mache lieber so und legt dann mal das kaputt war ich glaube das ist mir im kampf nicht so eine große hilfe gerade nichts gegen kaputt war aber ich glaube das hilft mir nicht so sehr hierbei ich glaube das einzige pokémon lp was jetzt spitznamen bekommen kann das sein mensch kaputt du kannst dich geart fühlen aber ich meine kaputt einfach der gotter der gotter pokémon also es hat spitznamen nicht anders verdient muss man einfach so sagen das ganze weg der laufende ok kein ding mache ich ich würde in der zwischenzeit noch was trinken wollen aber ich weiß nicht ich trinke wieder zu viel wenn ich immer angefangen habe das hört nicht auf nee aber wenn ich aber es angefangen habe dann ja was soll ich sagen also ich würde ja gerne einfach automatisch laufen aber ich muss zwei tasten drücken weil ich muss ja die turbo treter drücken habe ich nicht gesehen aber danke sag ich nichts gegen wegen so einer fehler finde ich ganz gut denke ich ob noch ein chrysalia auftaucht ne ich glaube nicht ne wirklich sollten wir echt mal einführen dass man wenn man chrysalia fangen kann auch da greifen kann irgendwie so dass sich die beiden halt rivalisieren so ein bisschen oder dass man zwischen den beiden aus äh entscheiden kann das ist ja auch eine coole sache ob man sich mehr zum schutz der träume oder zum angriff der träume ähm hinziehen lässt um es mal so zu sagen wer wohnt denn hier hi äh ich hab keinen roten tut mir leid hallo so noch ein paar trainer zu besiegen äh jetzt sind traurigerweise ein paar der letzten trainer die wir jetzt besiegen können ich meine wir haben alles andere glaube ich durch soweit das ist irgendwie ein durchstand ich frage mich gerade waren wir wirklich in der panaero höhle drin ja oder natürlich waren wir da drin was denke ich mir gerade aber ich weiß genau wo wir noch nicht waren nämlich in maria city da konnte man ja noch surfen da waren wir nämlich auf keinen fall das weiß ich bin ich mir sehr sicher und ich weiß nicht warum ich drin geblieben bin egal au das kann weh tun geht aber gut darf ich da Schaden hätten macht ach äh macht vergeltung warum wollte ich gerade vergewaltigung sagen what the okay kopf du denkst seltsame dinge hör auf damit das tut nicht gut wow wie komme ich denn jetzt auf sowas ich nehme zu viel am stück auf ich bin es nicht gewöhnt äh ich habe so lange nicht aufgenommen wie ich es jetzt gerade tue also lange nicht so lang wie ich es gerade tue und ich glaube mein kopf macht da irgendwie gar nicht ganz mit der denkt sich auch nur ach du heiliger hör auf red einfach nicht mehr weiter irgendwie sowas denkt er sich gerade jetzt gerade aber weißt du was kopf nö mach ich nicht ich rede weiter so lange bis ich aufnahme beende und das wird halt eben so lange sein bis ich alles besiegt habe und wenn es noch ein bisschen dauert dann dauert es halt noch ein bisschen Pech gehabt wirklich kopf hat es einfach Pech gehabt ist not my problem warum nicht ich glaube ich sollte in der schwarze Schwarz mal eine Pause einlegen ich brauche nachher eine Pause äh wirklich ich brauche wirklich mal eine kleine Pause brauche ich mal da ich dann wirklich einfach mal anders weiter mache was heißt für anders dann morgen wahrscheinlich dann logischerweise okay ganz logisch ist es nicht aber im Zukunft der Umstellung ist es ja logisch weil ich möchte es durchziehen ich muss es ich muss immer wieder betonen für mich tut mir leid äh aber ich muss mir auch irgendwie selber glaubhaft machen dass ich das will ich meine ich will es ich muss aber glaubhaft machen dass ich es kann dass ich es tun möchte da muss ich mich irgendwie noch ein bisschen überzeugen ich weiß nicht ähm ja egal ich will nicht mehr damit anfangen ich mach einfach und äh da hat sich das alles so hier konnte man hier nicht wilde Despoter fangen oder so ein Scheiß oder wo war das das war im ersten Teil dass man hier wilde Despoter fangen konnte glaub ich aber da hab ich grad nicht so ganzes Interesse daran Despoter nee so eigentlich überhaupt nicht ich find Fiffchen voll niedlich ohne Scheiß Fiffchen ist übelst niedlich das ist voll knuffig mit seiner roten Nase und den Hörfro stehenden Zähnchen ich find das voll niedlich ich würd mir echt ein Fiffchen halten wollen wenn's Pukum gäbe ich find's niedlich könnt ihr sagen was ihr wollt du ich grad noch so okay man bekriegt das gerade Slowdown zu spielen vielleicht brauchen wir ein PC auch mal ne Pause kann ja sein man weiß das nicht ne Kurtel vielleicht auch noch draußen bei Fächtchen geht einfach Karo hier gerade einfach alle weg zu werfen und dann hat sich das Wunderbar so was haben wir denn hier oben hier dürfte nur ein Item sein wenn überhaupt oder gar nichts doch da war da war auch ein Item das sieht man fast nicht das ist gemein weil wenn der Kopf drüber ist dann sieht man das nicht und man sieht es wirklich nur in den Bruchteilsekunden wenn man hier hinläuft weil sonst die Brücke verdeckt das ist gemein Spiel das macht man nicht so den Stein schiebe ich mal kurz dann hab ich den unteren Pfad 95 war ja nicht noch ein Kaskade Ort oder sowas weiß ich gar nicht ganz genau ich will nicht wissen ob sie will ihr das Portal gibt ganz ehrlich bin ich doch nicht ganz so schade drauf das zu wissen so dann kann ich den schon hier unten schieben das war zu weit aber kein Ding dann komm ich gleich nochmal rein wenn nicht ich kann einfach jetzt mal kurz das Ding reingehen das war echt jetzt gerade fail dass ich den jetzt auch so da rein zu weit geschoben habe ähm passiert es war ein blödes Schieberes und ich hab's verkackt also ihr könnt mich jetzt alle zusammen dumm nennen ihr habt somit die Offizieherlaubnis dazu boah das Mods hat zugeschlagen das hat so voll BÄM boah schon wieder oder so einfach dieses nja mit dem Pfötchen so ausstrecken und dann zusammenziehen na wohl keine Katze macht das so weit nach vorne egal oh das ist eine Katzentrainerin oh mein Gott wie cool die Frage ist nur ist das letzte Pokémon von ihr jetzt ein Schnurrgast oder ein Snobilikard da gab es noch mehr Katzen ähm weiß ich gerade nicht gab es noch mehr Katzen in Neko oder Cleopada okay tut's auch ich glaub in Neko zieht auch zu den Katzen weil alle Katzenviecher können Zuschuss erlernen ich glaub in Neko kann auch Zuschuss erlernen es ist irgendeine komische Katzenattacke ich weiß auch nicht warum ist Zuschuss so eine Katzenattacke was was sagt mir Zuschuss was hat das mit Katzen zu tun das weiß ich irgendwie nicht so ganz aber es ist einfach so Zuschuss ist eine Koffein-Katzenattacke man müsste mal so ein Zuschuss ziehen machen und alle Pokémon im Team können nur Zuschuss kackt das Spiel ja ab muss ich mal versuchen ich glaub aber nicht ich glaub Zuschuss kann nicht Zuschuss auswählen auch wenn's lustig wär aber ich glaub das Glück werd ich nicht haben das rauszufinden so eins so jetzt lauf ich hier lang sicherheitshalber dann runter äh so ich hab's doch gemein gemacht dass man hier an allen möglichen oh Erdbeben lass mir raten das kann eh keiner aus seinem Team mal lernen ich seh's schon kommen ich seh's definitiv schon so kommen das kann keinem Schwein aus seinem Team lernen nein kann's auch nicht Lichtkanone brauche ich nicht Steinkarte äh nö Erdbeben ist in meinem Team einfach mal denied okay warum auch nicht so hier ist der Poképorter mit dessen Hilfe können wir Pokémon aus nein mein Team ist nicht aus dem Poképorter ausgebüxt wir können Pokémon aus der vierten Generation und die fünfte übertragen hab ich oft genug genutzt um meine ganzen Pokémon von Saphir rüber zu tragen also erst von Saphir auf SoulSilver dann von SoulSilver auf Schwarz2 und dann von Schwarz2 über die Bank auf Y nee ah ist das Anstrengung gewesen und leider durften Darkrai und Shaman nicht mitkommen finde ich schade die hängen jetzt auf Schwarz2 auf Weiß2 rum auf MDS und dürfen nicht in die Bank rein weil sie sind ja gecheatet angeblich nein die sind nicht gecheatet sie sind nur geglitscht ich bin nur durch die Schmerze zu ihnen gelaufen damit ich kein Event Item haben muss aber gecheatet hab ich nix ich habe sie ganz legal gefangen an ihren ursprünglichen Orden ich hab nur das Event nicht ganz getriggert wie sollte aber das ist alles wirklich ich verspreche ich meine das ist doch nicht gecheatet ich werde irgendwann bei Perlen nochmal neu anfangen und nochmal versuchen die Viecher zu fangen vielleicht gab's ja dann weiß man ja nicht ne vielleicht habt ihr einen Erfolg das kann man nicht sagen man hat sich nochmal versucht und ich meine was sind schon 32.000 Schritte durch die Schmerze laufen ist doch gar nix viel Schuss äh okay warum auch immer weil du stirbst das ist nämlich naja ist nicht mein Problem aber ich versuche echt nochmal mit Scheiben und da greifen zu fangen weil ich meine das ist interessant also okay ja schauen wir auch kurz in den Poképorta rein oder naja von mir aus ich hab's aber keinen Bock den Typen vorzulesen irgendwie muss ich ehrlich zugeben ja ich hab alle Orden oh mein Gott ja ja das wäre so der spezielle Trainer von Dr. Park äh womit wir dann halt eben jetzt äh ich meine Moment wir dann unsere Pokémon über Trug und Kanan das ist immer ganz cool das zu lesen weil der Typ so ja dieses Englische drin hat vor allem kann der kein Ziel ausbrechen sondern macht alles ich 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 kann das wait a second was habe ich da diese Trainer hat alle Orden ich muss einfach vorlesen jetzt ist einfach so cool es war das gleiche wie in den ersten Teilen aber egal fantastisch fantastisch oh ja guck mal hier kann er sogar das SCH aussprechen jeeha was für eine wunderbare Tag great ich meine natürlich grossartig may introduce myself gestatten mein Name ist du Dr. Andrew Park und du wie heißt du ich kann mit mir selber reden danke listen up ELEA how we go too hast du Lust teilzunehmen an eine grosse experiment die history schreiben wird wir arbeiten hier an an aparat die sie deporte gepulte nennt mit ihr ist möglich zu evocere in particle die sind geladen mit energie schaffen wir eine zirkulare gepulte situation situation mit interfluktu inter ich muss die inter fluktuierende inter fluktuierende connectivität zwischen zwei nintendo die erstes blablabla bis man die moleküle über die richtige frequenz blablabla dann muss nur noch die auf australen mit die pokémon pleonastizieren pleon ist das nicht ein dinosaurier teil alter pleon na sie ach keine ah was ich warte ist schieß mich tot weiß ich nicht vor ein ergebnis die ist einfach fantastik um es gut zu machen blablabla ok keine items tragen ok und da kommst du in die spiel hey ein trainer ist fantastik wie du wimk doch stimmt unterstütze bei eine wahl epok epokal experiment ich weiß ich spreche gar kein englisch aus aber ist schwarze nintendo nintendo ass du brauchst also noch eine nintendo die ass ist das ok for dick nö komm video wenn du es dock noch versuch marketest so viele karte war ne also den spare ich mir doch lieber auf für irgendwann anders aber nicht für diese lp so dann würde ich meinen ähm genau das ist ein als herzt test den gibt es in der schwarzen stadt beziehungsweise wald und ja schauen wir mal rein die schwarze stadt ok da ist händler ich muss jetzt mal umschauen ja und hier irgendwo muss der schwarze turm sein also das layout ist ein bisschen anders als im weißen wald ist ja klar weil hier sind halt eben häuser und nicht natur also sieht alles ein bisschen anders aus ich kenne mich persönlich auch nicht so gut aus aber ich denke mal so unendlich kompliziert wird das hier schon nicht sein naja schlüsseln blablabla hab ich ich hab schlüssel eingesetzt um weghais zu fangen das reicht mir registrieren hab ich gefangen what the fuck so ja da können wir ins schwarze hochhaus also nicht hier aber halt hier in der stadt wie gesagt wir werden vielleicht ein zwei ebenen davon machen aber ich denke nicht viel mehr außer ihr wollt es unbedingt hier das kaufhaus ein sag ich mal ich war weg hier ich muss ja nicht noch weiter unnütz verbraten hier ja kann man fast alles verkaufen jaja aber man sieht hier sind eigentlich so ziemlich gar keine Händler die Händler kommen nach und nach je nachdem wie weit man im schwarzen hoch raus kommt und wir haben gerade einfach keine Händler hier und alle in der Stadt reden sich nur ums Geld 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 Händler So Dann gehen wir nach oben Da haben wir das schwarze hoch aus wie man es schon oben sieht Ist ziemlich noch mal auf die Route kommen Aber ich will echt mal ich mach erstmal eine Aufnahmepause Mein Mund braucht mal ein bisschen Pause Ich hab nicht so viel geredet wie jetzt gerade ohne Scheiß Was haben wir geschafft Wir haben einen Backup geschlossen Wir haben Turnup Fahrt gemacht Wir haben drei legendäre Pokémon gefangen Tatsächlich Und wir haben den Weg zu Schwarz und Schwarz beschritten Jetzt müssen wir eigentlich nur diese Route hoch gehen Ich glaube nicht weil wir müssen zum Schreien der Ernte gehen Wenn wir da nicht schon waren Werden wir die nächste Aufnahmesession sehen Und dann werden wir weitere legendäre Pokémon fangen Ich werde mich informieren wo es welche gibt wie es sie gibt Ich werde mich informieren über die Unterwasser Ruine die wir noch betreten müssen und ausbeuten müssen Und dann schauen mal wo es Reimages gibt und dass wir mal ins schwarze Hochhaus reinschauen damit ihr mal seht worum es darin geht Ja Und dann würde ich meinen war es das sogar schon mit dem Projekt so fast wenn das alles erledigt ist klingt nach ein bisschen viel noch sind hier auch noch ein paar Parts aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit das zu machen das garantiert nicht gut liebe Leute dann würde ich meinen das war's mit dieser Aufnahmesession könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen ob euch das bei Pokémon auch besser so gefällt ich weiß kommt jetzt am Ende so aber ich dachte mir einfach ich habe Lust drauf anstelle es immer zu unterbrechen ist besser wenn man gerade so im Fluss drin ist anstelle es immer zu unterbrechen zu müssen und ja ich denke es war besser so dann würde ich mal in dem Sinne man hört sich dann wieder beim nächsten Part von Pokémon Schwase Edition 2 habt noch einen schönen Tag und bis dann